Ich hatte ja sogar zwei Raubsätze, das war für mich die absoluten Vorteil. Vor allem hast du ihn umgeschaltet, gehalten, bis der Raubsatz dann angeht, weil dann hat er ja auch mehr Saft gekriegt und dann plötzlich direkt mit dem Raub los. Ich weiß nicht, ob man jetzt ein Aktion daran verbraucht hat. Das ist doch noch eine andere Frage. Können wir ihn jetzt nicht weiter meinen? Wir haben so ein Dachsort.